Sicherer Bereich betreten. Als Outcasts das Lager an der Constitution angriffen, flohen einige Ärzte in die Kanalisation. Finden Sie sie. Sie brauchen Hilfe. Agent braucht Verstärkung. Verwündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Verwündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Verwündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Sie sollten gleich am Eingang zur Kanalisation sein. Halten Sie Ausschau nach den Ärzten. Auf dem Campus warten Betten auf Sie. Verwündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Oh, 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 oh. Und schauen, was passiert. Na, bin ich. Na, bin ich. Na, bin ich. Na, bin ich. Ehrlich gesagt könnten wir Ihre Hilfe verdammt gut gebrauchen. Die meisten hier sind Ärzte, keine Kämpfer. Folgen Sie mir. Wir erwarten einen Angriff von den U-Bahn-Gleisen. Ich bin ein 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 Angriff. Ich bin ein Angriff. Was ist das? Du musst keine mehr wehren! Weg da! Glaub dir, er ist tot! Los, ich geb' Deckung! Fertig! Was ist das? Nein, nein, nein! Schieße jetzt! Magistinwechsel! Schau los! Ich kann es wieder! Wenn ich tot bin! Lass mich nicht sein! Und nachhören! Mist, von dir treff ich keinen! Scheiße! Das war der Letzte! Ja, so geht das! Hätte nicht gedacht, dass ich nach meiner Zeit als Freiwillige im Kongo nochmal um mein Leben kämpfen muss. Mein hippokratischer Eid gilt nicht für Psychos, die versuchen mich oder meine Leute umzubringen. Sagen Sie Henry, dass wir seiner fröhlichen kleinen Bande beitreten werden. Wir haben Ärzte und Krankenschwestern, die sich nur zu gerne einbringen würden. Der Campus schafft Platz für Matty und die anderen Überlebenden. Sie werden in der Klinik helfen, sobald sie gegessen haben und ausgeruht sind. Bei uns nicht. Aber kein Problem! Bine! Ja, schnell! Bine! 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 Registriere zusätzliche Feindkontakte. Sich näher an Feinde erkannt. Nachschublieferung in der Nähe. Nachschublieferung in der Nähe. Nachschublieferung in der Nähe. Nachschublieferung in der Nähe. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Nachschublieferung in der Nähe. Nachschublieferung in der Nähe. Nachschublieferung in der Nähe. Nachschublieferung in der Nähe. Nachschublieferung erkannt. Nachschublieferung in der Nähe. Das war's für heute. 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 Nachschublieferung eingenommen. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Nachschublieferung eingenommen. Alle Kisten sind nun leer. Nachschublieferung erfolgreich. Nachschublieferung. 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Wir haben... Wir sind... Wir sind... Wir sind... ... 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 Erkannt. 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 Von Feinden bewachter Ort erkannt. 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 Los! Hört nicht! Sich näher an Feinde erkannt. Kuh! Guck! Auf jeden Fall. Oh. Zugangsschlüssel entdeckt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 An alle Kinder, Mütter, Väter, Großeltern, Freunde, Familien, an alle, die auf Roosevelt Island wie Tiere behandelt wurden. Ich schwöre, dass die Outcats auch den letzten Pärer verbretten werden, die dafür verantwortlich waren. Wir haben alle geliebte Menschen verloren. Wir haben alle Leid ertragen. Aber nur wir Outcats wissen, was es bedeutet, im Stich gelassen zu werden. Manuelle Kontrolle verforderlich. Wir haben alle geliebte Menschen verloren. Wir haben alle Leid ertragen. Aber nur wir Outcats wissen, was es bedeutet, im Stich gelassen zu werden. Der Typ Blute! Der Typ Blute! Der Typ Blute! Der Typ Blute! Nein! Vorgang fortgesetzt. Manuelle Kontrolle erforderlich. Fuck! Nicht noch jemand! 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 Das war's für heute. Das war's. 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 sie haben wir haben reichlich vorräte krass haben ein haus in der virginia avenue gestürmt mindestens eine bestätigte geisel im innenhof eine zivilistin gefangen Ihr Stichwort, Agent. Sichern Sie das Gebiet und befreien Sie die Geisel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Propangas erkannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Befreien Sie die Geisel, sobald Sie den Schlüssel haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Achtung, Agent. Eine Gruppe feindlicher Kämpfer nähert sich ihrer Position. Das Gebiet unterfreien Sie anschließend die Geisel. Eine Gruppe feindlicher Kämpfer. Eine Gruppe feindlicher Kämpfer. Eine Gruppe feindlicher Kämpfer. Prepare Polizei. Eine Gruppe feindliche Kämpfer. Eine Gruppe jumpen zum Ziel. Nein, nein, nein! Komm nicht weg! Ich hab dich! Danke, Gott, noch einen Tag in diesem Ding und ich werd durchgedreht. Mir geht's gut. Ich muss mich nur kurz sammeln, bevor ich verschwinde. Nochmals. Vielen Dank. Die zivile Miliz ist unterwegs und übernimmt ab jetzt. Gute Arbeit, Agent. Das war's für den Aufmerksamkeit. Das ist die Mama. Da ist die bei der Diplomation. Ich bin ein Lieblingsröse, wie es bei der Diplomation Compte. Ja, wenn ich hier das fliege auch auf diese Seite habe, Das war's. 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 Das war's.